Ich messe einen enormen Energieanstieg vor Ihnen. Machen Sie sich auf alles gefasst. Los! 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 Los!us! Los! 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute have doen. Das war's für heute. schussbereich gedeckt danke fürs aufpassen schuss Schilder hoch! 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 Oh, scheiße. Ich habe in der Aufnahme das Mikrofon ausgeschaltet vorhin. Was total unsinnig war. Weil die YouTube-Aufnahme total irrelevant ist. Ich hatte die ausgemacht. Da siehst du mal, wie wach ich bin. Dann hole ich nachher alles aus dem Stream raus, den Ton und rendere das nach. Ja. Wer ist schuld? Wirtschaftlichen Schaden kriegt alles die Sabrina. Angriffsfläche verkleinert. Alter. Das ist, äh, der was? Erste Run? Ja, kacke. Ich darf den jetzt nicht töten. Terminal muss nochmal heilen. Ich brauche einen besseren Winkel. Es ist das erste Durchspiel, nicht das... das Sixste. Ach, es rennt der eh weg. Hm. Ja. C4 ist richtig gut mit dem Feen wegboxen. Da gebe ich dir recht. Ich stelle sie auf. Du haust sie um. Oh, du hast keine Munition mehr. Na toll. Munition aufgefüllt. Na gut. Alle für ein. Schließe ein Ziel mit einer durch Terminals kooperative Aktion. Ab. Ich habe einen Torwächter noch nie so handeln sehen. Und ich habe noch nie gesehen, wie ein Hund ein Pfund Käse isst. Weiß aber trotzdem, dass das nicht gut enden kann. Aber du bekommst. Du nimmst den Holoscanner. Du tauschst mit Claymore. Kann zwischendurch hochheilen. Äh, nur mit dieser einen Fähigkeit. Das war zu wenig. Ach du meinst, Moment, Sephir ist die Schlange. Ja, die kann durch Schächte schlecht gehen, aber du kannst dafür auch eine Rüstungsmodifikation draufsetzen. Ähm. Wo ist denn der Torwächter? Oder will der noch kommen? Das war's für heute. So, die Fähigkeit hat mir nämlich gefehlt hier für den letzten Abschnitt. Und jetzt verfehlt da wahrscheinlich alles, ne? Nee. Die Boxerin kann sich durch die Sachen durchschlängeln. Ich dachte, die Boxerin, ähm, die kann halt in ein Gebiet gehen und alle gleichzeitig angreifen zum Beispiel. Das fand ich eigentlich eine ganz coole Sache. Und wenn ich ziehe, Blu bleibt nochmal vor. Ja, die Rüstung kannst du anziehen, damit die durch die Schächte können. Das kann aber jeder tragen als Rüstungsmodifikator, ob ich das jetzt richtig gesehen hatte. Warte, er hat den echt auf 1 HP runtergeschossen. Aber wo ist der Wächter? Ohne Scheiß, er ist nicht da. Das Spiel will mich einfach verarschen. Wahrscheinlich haben sie ihn mit dem Feuerschutz zerschossen vorhin. Oh, der kommt diesmal mit dem ersten Teleport. Nein, das kann auch nicht sein. Das wird schon wieder. Auf dem Weg dorthin, wo ich gebraucht werde. Den Wächter aus dem zweiten Raum erledige ich, als er wegrennen wollte und die Figuren auf Überwachung waren. Ja, aber die waren ja von der Mission ja auf Überwachung. Jetzt kriegen wir einfach Unterstützungsgegner, obwohl der Wächter gar nicht mehr da ist. Aber das kann nicht sein, der hat viel zu viel HP. Das nenne ich Schutz. Aber kann ich einfach hingehen, jemand, und die wegschmeißen, die Bombe? Feuer frei! Zugeknäpft! Stand aber im Kill- und Ereignis-Feed. Ich erinnere mich daran, dass der dann fliehen wollte und der Feuerschutz aktiviert wurde von allen. Nichts schon wieder! Hinlegen und über den Boden rollen! Ja, ich mach den Raum einmal leer. Vielleicht erkennt das Spiel dann. Äh, übrigens, hier gibt's überhaupt nichts mehr. Sonst zu gucken. Pass bloß auf! Ich hab wieder die Bug-Party geschafft. Ich hab wieder die Bug-Party geschafft. Das Feuer erreicht meine Position. Weg da! Das Feuer hält mich für Brennholz. Ja. Du gehst ja jetzt auch weg. Zweiter Wind hab ich schonmal benutzt. Okay. Okay. Ah, nee, hab ich nicht. Das war nur, weil ich am Brennen war. Versuchen wir das nochmal. Proof, du kannst nur Spiele gewinnen, wo du 10 Bugs auf einmal findest. Das ist korrekt. Ohne Bugs macht ein Spiel ja auch gar keinen Spaß mehr. Rundum geschützt. Aber er zeigt auch nicht an, dass weitere Gegner kommen werden. Wahrscheinlich stehe ich gleich alleine in dem Level und nix passiert mehr. Und ich kann hier rumlaufen für unendlich. So, der hat rundum Feuerschutz, wenn ich den jetzt bewege. Aber der geht natürlich zu Claymore. Aber der hat ein Schild. Ach, jetzt feuerst du. Mir geht langsam die Munition aus. Habe nachgeladen. Wow. Obwohl es stand, dass ich es nicht geschafft habe. Aber wie witzig, dass ich das Vieh getötet habe, als es geflohen ist. Und dann in dem anderen Durchlauf vorhin war es einfach in dem letzten Abschnitt so mächtig und stark, dass ich keine Chance hatte, es zu vernichten. Ach. XCOM-Macher, ey. Ich weiß nicht, was ihr für Gameplay-Problem habt manchmal. Gescheiterte Spirale. Hervorragende Arbeit, Chimera-Trupp. Als die heilige Spirale das Tor öffnete, bekam sie mehr, als sie erwartet hatte. Der Torwächter muss vor fünf Jahren hierher geschickt worden sein. Er steckte fest, seit XCOM den Krieg gewann. Es gibt zwar noch vereinzelte Zellen in der Stadt, aber die heilige Spirale an sich gehört der Vergangenheit an. Und was ist jetzt Atlas? Die sogenannte heilige Spirale. Ihre letzten Ermittlungen ergaben keine Verbindung zum Tod von Bürgermeisterin Nightingale, aber weitere Hinweise auf äußere Einflüsse. Atlas stand mit jeder dieser Gruppen in Verbindung. Wieso? Was hatten sie davon? Wenn die Nachkommen unmöglich eine psionische Evolution erzwingen konnten, warum sollte Atlas ihre fehlerhafte Technologie unterstützen? Der graue Phönix wollte nur weg. Was nützt Atlas, ein abwesender Verbündeter? Und die heilige Spirale? Was kann Atlas mit fanatischen Adventverweigerern und ihrem kaputten, psionischen Tor anfangen? Uns fehlt noch ein Teil des Puzzles. Direktorin, das müssen Sie sehen. Unbekannte Angreifer haben die Notsitzung des Stadtrats überfallen. Die folgenden Aufnahmen könnten verstörend sein. Unsere Reaktion muss einstimmig sein. Es geht nicht nur um Politik, es geht um Stabilität. Glauben Sie, das ist Atlas? Es ist ein Angriff auf das Rathaus. Mehr interessiert mich nicht. Chimera-Trupp, ausrücken. Dann wird das wahrscheinlich die letzten Mission sein. Davon muss ich auf jeden Fall nochmal pipi. Und warum schwitze ich so auf dem Tisch?